Hallo und herzlich willkommen auf dem Isländerhof Windmüller. Hier in der Nähe von Regensburg leben die beliebten Islandpferde ein tolles Leben. Andrea Weber und ihr Team sind seit 2004 mit dem Betrieb und dem Ausbau der Anlage voll beschäftigt, zum Wohle ihrer Lieblingspferderasse. Die quirligen und neugierigen Tiere haben große freie Außenanlagen, tolle Fressplätze und gepflegte Offenstelle. Darüber hinaus verfügt jede Gruppe über ihre Paddocks und eigens angelegte Aktiverlebnispfade quer durch den Wald. Im Mittelpunkt der Arbeit steht der liebevolle und artgerechte Umgang mit den Tieren. Frau Weber ist zertifizierte Isländer-Expertin und weiß, dass optimale Böden auch bei den sehr robusten Isländern zur artgerechten Haltung dazugehören. Schon vor über 16 Jahren hat sie Eco-Raster gewählt und damit Schluss mit Schlamm und Matsch gemacht. Das Ergebnis? Die Tiere stehen bequem, laufen sicher, Krankheiten werden vermieden und der Pflegeaufwand ist überschaubar. Eine gute Wahl, denn einige der vorhandenen Eco-Raster haben einen Umzug hinter sich und liegen schon zum zweiten Mal. Problemlos ließen sich weiter Flächen mit dem neuen Eco-Raster anlegen, denn das bewährte System passt nahtlos aneinander. Wichtig in der umweltgeschützten Region ist die absolute Umweltverträglichkeit der eingesetzten Materialien. Kein Problem mit Eco-Raster, denn die rahlgeprüften Bodengitter sind langlebig, nachhaltig und belastbar. So machen Sie dauerhaft Schluss mit Schlamm und Matsch.